Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Runde CSGO, zusammen mit Foxhutlaurin. Heute machen wir ohne Gamer und ohne Gnooker. Richtig, Ronda ist der K. nicht? Ne, doch nicht. Äh, wie machst du eigentlich immer auf? Ich nehm auf ja, deswegen sag ich 3, 2, 1 und sag irgendwas. Bist der Hintergrund davon. Und nix darflügt denn meine Mail 2. Der Umm hat 1 Hitspott! Boah! Ich hab die dem 1 in 1 gequitt! hat eine gute wahrscheinlichkeit einen hat er schon mal schade ein hatte einer hat auch einen hitt es war quasi das ist hallo 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 da ist gammel die gammelnde gammel ich habe schon abgefeuert ein zuschauer ist heute ist immer noch der tag an dem ich jetzt weinungen so scheiße ich weiß nicht ob ich hochgeladen aber das war scheiße aber die letzte habe ich bestimmt hochgeladen die vorletzte gibt vielleicht nicht einer ist oben im apartment drinnen der war da drüben einer kommt von b einer kommt von b schweiz mit schweiz schweiz ich versuche ich an dieser Zeit nur die Rüstung spielen werde das ist mir egal eine Frage 60 Iconics Weapons of Fiction welche würdest du wählen Luke Skywalkers Lichtschwert Soul Age Soul Calibur das Master Schwert von Zelda von Darth Maul Darf Maul Lichtschwert soll ich jetzt 60 Schwerd aufziehen ja ich würde sehr am ehesten das von Luke nehmen weil da kommen noch einige ich weiß aber Darth Maul finde ich sehr nachteil du kannst jetzt schnell die Hand absägen weil es doppelig schwer ist und ansonsten die anderen kann ja also ich sag mal so verarsche was man irgendwie nichts von ihnen wird eine super mario rpg lazy shell also eine rote schiff panzer also noch scheiße Captain America Schild Captain America Schild ist aber ernst gemeint äh ich weiß die Portal Guard Portal Guard ist auch nice mhm ja ich den Post müsst ihr dann später mal durchlesen oder auch einfach nicht ich kann auch nerven ich hab doch nicht gesagt dass du nervst ich hab gesagt ich kann nerven weil er von the legend of zelda du musst auf Creature als du wieder kannst das nicht mehr oder doch das reicht nicht was heißt mal was heißt mal direkt nicht durchgeparken direkt planen äh könnt ihr mir sagen was wollen? Salz? nix, nimm die Bombe raus dann planen hier nein du kannst nicht mehr, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, du würdest ganz am Rand planen müssen das ist Mollensalz nix, nix, kommt da nix, kommt da nicht zu lieb schade also du musst ganz am Rand planen du musst berechnen, du kannst, äh, nach Sekunde 4 kannst du nicht mehr planen eigentlich fände ich es ehrlich gesagt besser, weil das wenn man, also dass man noch anfängt zu planen, dass man noch am Ende planen darf dass man sozusagen extra Zeit bekommt, wie wenn man eine Geisel hat quasi äh ich weiß, dass da einen Unterschied besteht, aber trotzdem ja, die Gegner haben das nicht auf jeden Fall auf jeden Fall nein, ich meine, dass er plant ja noch extra für den Krieg da warum red ich mir der Mom vor das war dumm schädig der Satzsack Ah, da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei hinter alles Der Rest ist auf B One is B Woah, sorry, man Dammit One is banana and one is P somewhere Hm Einer gegen zwei Was nicht unmöglich ist Ne, vor allem weil er Anti ist Ja, kein Moment Haben wir Eco? Ja, ne oder? Doch, oder? Meine typische Eco halt Ah, Dual Berettas Wollen wir eigentlich A gehen? Wir sind immer B gegangen Let's go, let's go B ist eigentlich auf der Map hier richtig schön Blöd zu gehen eigentlich Warum gehen wir eigentlich denn hinter dem B? I am throwing a grenade I am throwing a plasma Einer ist im Haus Okay Klaus, rechts Da hat 60 jetzt 60 jetzt 60 jetzt immer noch Einer kommt Zu dir ins Haus Oh nein Ich wollte sie Ich meinte gar nicht mehr zu dir ins Haus Ach so Ach so Ich wollte sie Ich wollte sie Ich dachte halt mal Ich hab dem nur 6 Schaden zugegeben AWP Weißt du, das ist immer die letzte Ausdauer welche Waffe mit der ich vielleicht einen Kill mache Okay Vielleicht auch nicht Dann lauf ich mal hinter der Gut Sagt der auch die vor mir Warum lässt du dir die Bombe liegen? Ja ich nicht Fuck ich muss dich jetzt mal durch das Fenster durchschießen kann Wobei es schon Sinn macht Du wartet und wartet und wartet und wartet und gehst weg Er kommt Ne ich hab ihn schon gesehen Er war vorher schon da Warum wollen Frauen mehr Jungen Weil ich nicht gesehen hab, dass man durch das Fenster durchschießen kann Das war natürlich logisch Aber ich hätt mal in dem Moment Rainer auf K Are you serious? Hi Warum wollen... Ich hab ihn doch gesehen da unten Nein Gamer Doch Jetzt hab ich mich auch noch auf wieviel runtergekauft 400 400 Ja der kam nur an den hinten gell äh äh lol ich bin der erste ja ja wir konnten kaufen shit ja ich hab jetzt eco oder? ja es reicht aber nicht für kevlar und noch eine gute woche ah ok ich hab dich nicht mal gesehen Julian du kannst das nicht ich wollte ihn ja nicht töten ich wollte dieses fenster aufschießen weil ich ihn zu dem zeitpunkt noch nicht mal gesehen habe ihr merkt B funktioniert nicht ihr geht trotzdem noch jede Runde B ich geh überhaupt nicht jede Runde B von den anderen bei den Orangen und Gelben oh gott boah alter ja das ist zur genauigkeit auch dazu wenn man sein eigen trifft nein wir kaufen anscheinend können wir kaufen aber nur wenig ich mach jetzt mal Waffen ausprobieren Waffen ausprobieren hilft bestimmt weißt du hast die Bombe ja wir gehen jetzt so hoch ja du gehst vorbei ich hab die Bombe oder geil ja 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 das ich in dem Dach getroffen hätte jetzt bin ich wieder fast da ich werde sich einholen erst mal einen punkt und es ist möglich sehr alle zu gewinnen wenn wir endlich mal also richtig a gehen das heißt wir gehen nicht ab ist das ein grund dafür ich folge der bombe dann gehe er vor nein geht er nicht ist down ok ok nice was hatte der auf der treppe hat 33 steht was hat er da für eine waffe ich weiß nicht also der hearty sector versucht jetzt in die bombe auch gott die komische action Der hat Prevolutionzucker, der hat Payday, der hat Aftermath, er hat Magikite 2. Magikite 2, was? Magikite. Also Magikite, ich hab gerade Magikite verstanden. Ja. Was soll es sein, Magikite? Magikite ist ein cooles Spiel. Genau so wie Rock Your Lance. Nein. Die Meldigkeit ist viel cooler. Ja, aber wir müssen sagen, Rock Your Lance ist auch gut. Ich muss aber sagen, Rock Your Lance ist auch gut. Ja, aber ich finde ja die Grafik nicht so schön. Ne, ne, Bombe, der hier hat. Nice one. Der Gegner hat uns gerade gewinnen lassen. Ja, der hat sich dumm gespielt, der Gegner hat. Der war nicht klug. Einfach manchmal nicht. Face'n ist manchmal besser als Face'n. Ihr P90. War eine Waffe, in der ich die letzte Runde zum Beispiel gegen gemacht habe. Warum hast du P90 eigentlich? Ich weiß, was ich dir so gemacht habe. Hatte ich einen 90 Schuss? Nein. Perfekt 90 Grad oder so. Ich lasche. Hä? Einer hinterm gelben Auto. Oh, das ist die falsche Tür. Ups. Irgendwas steht oben in der Partners drin, auf jeden Fall. Ich will ein Hetze mal wieder Bock auf einen Entrykalt. Vielleicht. Nein, ich habe keine Canonessens. Oh. Shit. Apartments One. Wir sollten mir vielleicht auch mal anfangen was anzusagen. ... ... ... ... ... Adam West ist der Premierminister von Rumänien. Er steht links in Ruins, komm vor. Er hat von mir Minus 41. Er hat defused, nein hat er nicht. Er hat trotzdem geschafft das, seit man sich erst danach angefangen hat. Okay, hier hast du was. Dankeschön. Dankeschön. Hm. Ich glaub ich mach ne Eco Route. Ähm, ähm. Äh, die Finns sind gerade weg. Hm? Finns sind gerade kurz weg. Das heißt, Steam Service da. Ja, ich hab ne Skin. Ich hab meinen Kobalt Quartz Skin für die Doodle Breaders. Komm halt von da, genau in dem Moment wo ich da hoch springe. AWP. Was ist die wahre Bedeutung von, äh, Weihnachten im englischen Wort Schule? Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Six crappy Stunden of your lives. Hm. Ah, okay. Schau mal hinter dich. Oh, bitte wird der jetzt gemessert, oder? Find ich lustig. Oh. Ich hab keine Ahnung wo der ist. Hm. Aber er schaut gerade genau in der richtigen Sekunde nach hinten. Noch ein Finne. Ja, da ist ja immer nett. Ja, sorry I'm late. Eko, ne? Oder? Bist du sicher? Ganz sicher. Ich hab seine Bilder angeschaut. Pff. Wir müssen... Also 1-8 gekauft ist, die kaufe ich ja. Das ist fennig. Dann haste der Elko aber auch finish. Ohne Spaß bei Erko... Komm ich einfach nicht durch. Der Elko. Komm durch die Particles nicht durch. Völlig AWP, oder? Fuck, ich wollt grad sch... Oh, ich bin grad so schlecht, ey. Nein. Wann gehen wir eigentlich noch überhaupt hier nicht lang? Ja, weil... Ah... Apartments... Apartments... Guck ich aber nicht durch. Hi. Hallo. Was machst du hier? Wir spielen gratis. Go. Ich werde aufgeschlossen. 9 zu 2. Nein. Die ganze Leistung unsererseits. Die ganze Leistung unsererseits. Nein. Die ganze Leistung unsererseits. Die ganze Leistung unsererseits. Die ganze Leistung unsererseits. Nein. Wir haben dich trotzdem gefragt. Das stimmt. Du fragt haben wir nicht über das Nein gesagt. Hallo Yusak. Nein, äh... Hallo. Yusak 2. Was? Eieieieiei. Ich hab nur 2 in meinem Namen, aber ich... Ich hab nur 2 in meiner KD. Let's go. 2,1,12. KD ist... Ja, 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 ist mir klar. Dann hab ich halt 0,62. Eigentlich 0,6. Aber das ist ja auch egal. Hä? Hä? Ist doch so. Nein, einfach 2 durch 12. Ja. Oh, das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht 0,6, oder? Gut. Einer kennt Mitte. Das ist 12 durch 2. Ne, Moment. Ich bin verwirrt. 2 durch 12. Einer ist hinten raus, dann. Oh, wenn da jetzt... Wenn da jetzt ne... Wenn da jetzt ne... Wenn da jetzt ne... 0,1 Periode 6. Ja. Ich hab das für dich. Ach schön. Jetzt hast du 0,1... Warte. Kann ich gucken. 0,1. 5, 3, 8, 4, 6, 1, 5, 3, 8, 6. Als ob da keine 2 drin ist. Als ob da keine 2 drin ist. Das ist doch ein Witz. Was denn? Das ist 0,1 Periode 1, 5, 3, 8, 4, 6. Weil hier ist da alles drin und da keine 2, ey. Die wollen mich echt verarschen. Seine KD. Seine KD. Seine KD. Ich hab gesagt in meiner KD ist auch ne 2. Weil es ist jetzt ne eine Zahl drin außer dem 2. 1, 5, 2, 3, 8, 4, 6. 1, 5, 3, 8, 4, 6. Ne 9 ist auch nicht drin. Ne 9 ist auch nicht drin. Ne 9 ist auch nicht drin. Ne 7 ist auch nicht drin. Ne 2 ist auch nicht drin. Ne 2 ist auch nicht drin. Das ist hier wohl noch verkackt. Das hab ich doch gesagt. Ja trotzdem verkackt. Ich hab's im Blut nächste Runde. Richtig geil von mir. Mindestens eigentlich. Seine KD. Guck mal hier. Von meinem Team hat in dieser Runde jeder einen Kill gemacht außer ich. Ohhhh. Was ist das? Ist doch so. Diese Runde hat aus dem Team einen Kill gemacht außer ich. Was ist das? Was ist das? Ich hab keinen gekillt. Das steht doch rechts. Doch da rechts. Das steht rechts was nen Kill gemacht. Was ist Clam? Clam? Ähm. Muscheln und so. Ja. 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 Ja steht dran. Eigentlich wusste ich nicht dass ich einen getötet hab. Ja guck doch hier die Konsole. Ich kann keine. Also das zweite Mal dass der so instant schießt. Ich kann keine Konsole mit dem Charakter. Account. Account öffnen. Ach so. Aber ich hab's mit dem Blut mindestens ein Kill nicht so ne. Wir haben Eko richtig. Ne. Eigentlich müssen wir kaufen. Ach so wir haben auch 6000. Ups. Hab nicht aufs Geld gehoben geguckt soll nur auf die Rundenzahlzahl. Nein. Ein Kill mit. Der AWP. So. Hohe Ziele. Ja. Okay. Drei AWPs. Nice. Keine SG. Ich guck jetzt das erste Mal Mitte. Okay. So. Brauchen wir weg. Ich wette ich bin First Blood. Nein. Aber der in der Mitte der tötet mich. Der der da pusht. Der pusht an. Der pusht an. Der pusht an. Nein. Ich bin First Blood. Ich hab er nicht mehr. Ich hab's gesagt. Trotzdem. So. Warte. Nächste Runde. Ich hab's im Blut. Hehehe. Hehehe. Du sagst. Du sagst dir dass du die nächste Runde einen Kill haben wirst. Hm? Hinter der. Das ist dumm Eulian. Recht. Tür. 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 schmeite Spaß Humor. Nein, diese Inhalte ist halt nicht verfügbar. Dann bist du bei uns ganz richtig. Ich kann den Inhalt nicht öffnen. Nice. Ich hab überhaupt nicht gesagt, dass ich den Kill mache. Ich hab gesagt, ich hab ein Blut, dass wir die Runde gewinnen. Wenn der jetzt verliert, sind alle mein Kreuz. Falsch. Er verliert's. Er hat's verloren. Also, man darf nie wieder Fühlern hören. Okay, diese Runde werde ich keinen Kill machen. So was zählt nicht, weil das offensichtlich war. Vor der letzte Runde, ne? Oder? Also, ich mach jetzt ne Eco, damit ich richtig klug bin und alle anderen denken, ne, der ist wohl klug gewesen. Genau dafür. Aber ohne Spaß, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ich komm nirgendwo zurück. Ich war noch nicht einmal auf nem Spot drauf. Ja, du scheiß Noob. Ich geh jetzt einfach durch. Ich rache jetzt einfach durch. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich geh jetzt einfach durch. Einer ist hinten bei dir. Der fändigste Schrei, Julian. Was? Wo hinten? Das ist dort, das ist dort. Ruhe? Nein? Meins? Und dem Mario ist... Ah! Jetzt hab ich 3 HP! Das ist das erste Mal, dass ich in Apartments drin bin und ich hab 3 HP wegen Fox. Hab ich die Bombe? Nein. Ich hab... Juhu! Raus raschen! Oh nein, ich werd in der Falschheit sterben! Oh... Ist in der Falschheit gestorben. Fast! Wenn der Typ dich erschoss, dann wär ich in der Falschheit gestorben, weil ich 3 HP hatte und von der Apartments runter gesprungen bin. Ähm... Fox, ey! Ja, ich töte den Typen und was machst du denn? Du wolltest das lieber? Ich wusste nicht, dass du das warst! Wie, jetzt war letzte Runde?! Was?! Was?! Wollt ihr mich verarschen?! Ich dachte nächste Runde! Hey, ich hab doch extra nachgefragt! Oh man, ich hab mir nachgerechnet mit der Polsch gerechnet! Weißt du, ich sag auch noch, boah, leid mich alle für mega klug, wenn ich jetzt ne Eco mache! Oh mein Gott! Okay, go, come back! Boah, ich bin grad so inkompetent, Mann! Warst du schon immer! Leid mich alle für mega klug, wenn ich jetzt in der letzten Runde ne Eco mache! Ja, auf jeden Fall! In Gameplay! Alter! Einer bei den Sanddingern! Ist das B oder auch? Ja, das bleibt mir auch noch frei! Deploying, fly by! Nein! Nicht pfeifen, bitte! Mein DJ-Name wäre... Muskel-Block-List! Ah, okay, ich hab nur 16 Schaden nur gemacht! Muskel-Block-List! Ich hab nur 8-Spot! 2-1-Thing! 8-Spot! Ihr seid jetzt CC! Steht's für euch 12? Ja! Hä, Jonas, du gehst nicht schon ne Runde! Beschwer dich nicht! Nein, wir verlieren gerade! Fuck, ich hab ihn aber... Ich hab ihn gehint in 80 und dann kommt der von der Seite! Du bist einfach nur schlecht! Ich hab 62! Ich bin voll gut! Ich hab den Blut! Jetzt hast du ne KD von... Wie viel steht, Julian? 500, 0, 3! 2-1-16! Und wir spielen erst 16 Runden! Wir spielen in seiner Elo! Wollte merken! Wir spielen in seiner Elo! Was? Gold Nummer 30, mein Elo? Mein Elo ist 7-1! Ich hab grad Spieler, Alter! Das ist peinlich! Es ist ultra pein! Ich wollte ihm dann doch so'n Spruch haushauen! Ja! Jeder fällt mich dafür mega klug, weil ich die letzte Runde Eko mache! Alter! Ich mach zum Feier des Tages! Das Spiel ist so lächerlich gerade, Alter! Ich mach dann ne Kiste von dir auf! Ich kann aber nicht selbst weinen, Alter! Das ist so lächerlich! Ich hab die Fräs! Das ist echt nicht mehr schweierlich, ey! Boah! Jeder hätt mich jetzt hierfür gelegt! Ja! Weißt du, mich stolz! Was? Ich hab okay gemacht, Alter! Nenn mich den Boss! Oder auch einfach nicht! Ich hab's sonst grad nicht abgesendet! Ups! Doch, ich hab's sonst grad abgesendet! Ist der Typ grad nicht gestorben! Nein! Der ist ein B-Squad! Das ist nein! Nice! Ich hab nen Kill gemacht, ey! Ein Drittel meiner Kills in einer Runde! Davor? Ein Drittel meiner Kills in einer Runde! Du hast drei, Alter! Ja! Ja! Das ist doch richtig! Das ist doch dumm einfach so! Alter! Das ist doch traurig! Ich weiß! Ich muss aber denken, ich hab genauso viele Kills wie in uns! Hart! Sonst hab ich durchschnitt! Sonderhart! Und ich hab ungefähr einen sechsten deiner Kills! Ich geh hell, Julian! Alter! Ausgeschaltet? Nein! Wie stolz ich auf mich war, als ich rausgeknallt hab! Jetzt mach ich ne ECO! Und dann finden wir halt mich alle für mega stolz! Und ich bin schon wieder tot! 83 stehen in der Parten! Soll ich schau jetzt mal zu! Soll ich schau extra Julian zu! Ich bin schon tot! Ich bin immer direkt tot! Das lohnt sich nicht! Boah! Alter! Hat ja jede Runde! Die ECO-Runde oder wie? Du hast dann wieder 15 Kills! Julian! Steht bei mir! 2-1-6! Du siehst jetzt meinen krassen Skill überhaupt! Lauri hat... Steht zwar 4-2-14! Und hat einfach deine Punkte... Deine Kills und das ist verdoppelt! Wo ist eigentlich die Bombe? Keine Ahnung! Julian! Ja! Du hast ne Erdna 5 Punkte! Nein, jetzt hab ich 8! Das ist 7 bei mir! Ja! Hey! Wollen wir nachher noch ein Match spielen? Ich bin grad so gut! Danke! Du bist grad nicht richtig zu tun! Hehehe! Ich hab einen einfach gekriegt! Aber welches mal! Hehehe! Hehehehe! 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 Warum gibt's keine MVPs für... Er hat nach 50 Runden eigentlich mal ein Kill geschafft! Hehehehe! Bei Ersten, dass es nicht 50 Runden gibt! Hehehe! Wow! P90 Rush! Da-da-da-da-da-da-da-dam! Ich hab einen Kill gemacht! Ich bin natürlich! Ich hab Bock auf diesen Wassereis! Hehehe! Auf diesen Wassereis! Hehehe! 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 Äh, letzter ist mit... Second mit! Baum hat mir keiner zu... Achso, das ist nett! Ach, ist ja wirklich am verlieren! Oh! Fuck you! Das wär mein... Das wär mein fünfter Kill gewesen! Und du steckst mir den einfach weg! Wie viel hab ich ihm gegeben? Wie viel hab ich ihm gegeben? Ich hab dem 58 gegeben! Das ist quasi full life! Ich hätte... Ich hätte es nicht gedacht, dass es ist... Okay, Julia... Ihr habt Julia im Team! Ich verzeih euch! Hehehe! Das Kranke ist einfach... Ich stehe jetzt 4, 3, 18! Wir haben zwei 3er, einen Unrank... Und... Zwei Leute, keine Ahnung! He! Ich bin Gott Nummer 3, oder? Ich bin heute... Ich bin heute... Ich bin... Gestern war ich... Weißt du, gestern dachte ich mir so... Boah, bist du schlecht! Es war richtig gut, ne? Heute... In diesem Fall, der Junge ist Julian! Was? Ja? Danke für die Flashbang... Danke für die Flashbang... Ja? Ja, aber... Geh mal! Möchtest du grad ein... Sechseinhalb Minuten Video mit mir gucken? Geh mal! Geh mal! Ich bin tot! Geh mal! Hä? Ich bin tot! Geh mal! Äh... Safe würde ich sagen... Ich schau gerne Julian auch! Schuh! Hmhm... Ich bin immer viel... Ich bin immer viel zu gut mittlerweile geworden! Ich hab mittlerweile 4 Kills! Ne, ich hab meine Kills verdoppelt! Safe! ich habe mir was neues ich wollte nicht komplett umändern ich wäre mit laurie auf einer stelle gewesen auf einem platz nicht ich weiß nicht weil du hättest dann zwölf Punkte gehören ja ne jetzt haben wir zu jetzt die Situation hätten wir ja gleich ja jetzt halt doch deine Pfeife ich komm doch nicht weg aber du hast einen getötet um der Schöne ist einfach zuzugucken wie er anfängt zu weinen wir haben gesehen B einer hat 20 Hits erlaubt ihr hat 1 HP was war das sowas hätte ich nicht gemacht also vielleicht ich komm mal mit B 1 gegen 5 hast du das Ace gemacht was hast du das Ace gemacht so ich bin jetzt mal richtig klug und mach irgendwo in der letzten Runde was für ein Ace ich gemacht habe also habe ich jetzt noch 22 Kills warte mal den hatte ich da vorstehen ich bin mit 22 2 14 stehst du er wird sich 22 2 16 sie da wird Smokoff A ich bin die B ich will einfach Julian weiter zugucken einfach nur weil er gerade so scheiße ist tut mir leid wenn ich gerade für eure Gefühle beleidigen ich glaube Julian hat der leider Externe der hat minus 9 wer Julia und der Gegner hat minus 0 ey komm wir mit doch B gewesen was hast du davon jetzt nicht mit mir spielst rush das ist die letzte Runde Lori versuch es einfach um Kill zu holen war 2 weil er die Waffe die da rum legt und versuch nach 2 Leute zu treten ich hab habe ich die Kiste jetzt? oder ja ich hab die Shadow Kiste jetzt komm Julian bring mir Glück du hast keine Zeit hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir oh nix du musst zur Bombe du musst zur Bombe die Bombe Dass ich, äh, nix, weil ich, äh, ne sinnvolle Eko mache. Weil es dir gefallen hat, muss ich dann gar nicht schießen. Das ist von dir an Gott Nummer 1, Alter, die waren alle Gott Nummer 3.